Die hierzu erwerbende vollständig renovierte Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Solingen-Solingen-Mitte. 1995 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 63 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 99.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017